Der Sonax Pflegeratgeber Das Sonax Extreme Reifenglanzspray ist für alle Reifentypen geeignet und sorgt für langanhaltenden, satten, tiefen Glanz. Nach einer Felgenreinigung können auch die meisten Reifen ein Facelift vertragen. Das Sonax Extreme Reifenglanzspray ist besonders einfach in der Anwendung. Dünn aufsprühen, einwirken lassen, fertig. Das Gummi wird gleichzeitig gepflegt und bei regelmäßiger Anwendung vor Rissbildung, vorzeitiger Alterung, Braunfärbung und Farbausbleichung geschützt. Die tiefschwarze, glänzende Optik der Reifen hält mehrere Wochen. Der Sonax Pflegeratgeber Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017